Das ist fantastisch. Unglaublich. Ich glaube, dass wir so schwer zusammen spielen mit Händen und Fuß. Das hier ist auch wie die Klage. Das hier ist automatisch. Das ist, dass wir zusammenhören. Und bei den Händen und bei den Händen. Das ist wirklich nicht so. Und das macht Spaß, wer soll es auch nicht schmacken? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil die meisten, die dann noch in Klavier kennen, ja, das hier ist rechts, das hier ist links und das hier ist dritte. Wie ist die ersten? Nr. Und das ist die dritte. Hier ist die dritte. Bochen. Genau, wie ist die dritte? Wie ist ein fein, wie ist die dritte? Danke schön.